Musik 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 Der Verletzte scheint sich langsamer zu sehen. Das ist aber so weit weg ist, das Tal, ey. Das ist aber so weit weg ist, das Tal. Das ist aber so weit weg ist, das Tal. Die sind immer erst so die Wand wegkloppen da. So, jetzt muss ich noch das Lavacave-Ding finden. Das heißt, die da, wir graben einmal dahin bitte. Dann gibt es keine Kay, er hat auch die da oben. Alter, das ist in der Radkau, das ist Duckwater. Das ist ja nur Arbeit. Oh, nie Arbeit. Jetzt kann mir am Arsch vorbeigehen, da. Ja, er macht einfach einen Quatsch. 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 Wenn das jetzt keine Lava ist, dann weiß ich auch nicht. Wenn das jetzt keine Lava ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist schon eine schwierige Arbeit, so als Aufseherdorf. Das würde nicht jeder machen. Hoffentlich ist er jetzt ein bisschen schneller da, sonst habe ich kein Problem. Arbeite! Dwarf, arbeite! Und stürzt dich hinein. Ist ein bisschen schade, dass man da immer so einen Dwarf für aufhaben muss. Ja! 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 Ich meine, Außervergänger! Du leidst unsere Menschen zum Gräu... Das ist der Ende des Tutorials. Und du solltest den Arcade-Mode und Herausforderungen sein. Aber es gibt noch Dinge, die du lernen kannst. Schau mal auf die Codex! Ich empfehle, dass du die Favoriten und Dwarfen schnappern. Gut, Glück und genügend! Die anderen! Gut... Okay! Damit hätten wir das Tutorial. Das war jetzt noch nicht so spannend, weil noch keine Story da war. Das heißt, ich konnte auch noch nicht so viel zu sagen. Ähm... So ungefähr habe ich jetzt alles verstanden. Das heißt... Und bis ich dann diese starten werde, wünsche ich euch noch eine gute Zeit. Bye bye!